Was ist das System für den Benutzer? Wollen wir also nun diesen Kaugummi-Automaten als unser zu modellierendes System betrachten? Für dieses System gibt es wahrscheinlich nicht viele Anwendungsfälle. Als Anwendungsfälle könnte ich mir vorstellen, Kaugummi kaufen und Kaugummis nachfüllen. Wir wollen uns mit Kaugummis kaufen beschäftigen. Bei der Anwendungsfallbeschreibung muss ich den Standardablauf beschreiben. Das sind die Interaktionen, die die Kundin mit dem Kaugummi-Automaten durchführt. Und diese Schritte sind einem kleinen Kind wahrscheinlich schon vermittelt worden. Nämlich als erstes, wir werden die Münze einwerfen, als zweites werden wir an dem Drehkreuz drehen, als drittes werden wir die Klappe öffnen, und als viertes werden wir die Kaugummis herausnehmen. Das heißt, diese vier Schritte stellen den Standardablauf dar und führen zur Anwendungsfallbeschreibung. Werden Sie sagen, das ist komplett klar. Aber, warum ist das so klar? Weil wir keine Maschinenbauer sind. Wir haben uns nie gefragt, was denn passiert, wenn wir an dem Drehkreuz drehen. Warum denn da jetzt plötzlich dann die Kaugummis herausfallen? Das heißt, wir haben uns für die Funktionalität, wie das System funktioniert, überhaupt nicht interessiert. Wir haben nur den Nutzen im Blick, nämlich zu den Kaugummis zu gelangen. Und genau so müssen wir auch bei der Anwendungsfallbeschreibung vorgehen. Das ist dasselbe wie, wenn ich mich in einem Auto befinde. Wenn ich den Vorwärtsgang eingelegt habe und ich trete auf das Gaspedal, ist mir klar, dass ich nach vorwärts fahre. Ich frage mich überhaupt nicht, wie der Tropfen Benzin das ganze Auto antreibt. Anwendungsfallbeschreibung bestimmt, wie Nutzer, Nutzerinnen mit dem System interagieren, nicht wie das System selbst funktioniert. Und das ist das, wo wir als Informatiker, Informatikerinnen immer Schwierigkeiten haben mit der Anwendungsfallmodellierung. Denn wir sind ja bestrebt danach, schon zu überlegen, wie denn das System selbst funktioniert. Das ist aber nicht Aufgabe der Anforderungserhebung. Das folgt später in der Analyse, dem Design, der Implementierung. Natürlich sollten Sie nachher auch das Ergebnis von Analyse, Design und Implementierung immer gegen die Anforderungen in der Anwendungsfallbeschreibung testen. Aber es ist nicht Gegenstand der Anforderungsbeschreibung, das System selbst zu beschreiben. Wenn Sie ein System entwickeln, stellen Sie sich immer die Frage, wie würde ich denn vorgehen, wenn ich mittels Moodle ein Lernsystem konzipieren möchte. Und dann muss man das alles so beschreiben, wie wenn ich der Lernende wäre, was denn das System für mich leisten soll, welchen Nutzen mir das Lernsystem bringen sollte. Und nicht als Entwickler, wie ich denn das Ganze in Moodle umsetzen würde. Konzentrieren Sie sich auf die Anforderungen bei der Anwendungsfallbeschreibung. Ich hoffe, es wurde Ihnen an diesem Beispiel zum Kaugummiautomaten klar, was eine Anwendungsfallmodellierung beinhalten sollte und wie sie gestaltet wird. Gehen wir also jetzt zu den Konzepten des Anwendungsfalldiagramms über. Starten wir im nächsten Video mit den Akteuren. Starten wir im nächsten Video mit den Akteuren.